Schau Dragon Ball Super beim Dragon Ball Super Episoden fest. Das ist einer der neuen Dragon Ball Aufträge und das ist auf jeden Fall ganz nice gemacht, denn wir können wirklich eine richtige Folge Dragon Ball schauen, denn wenn wir hier einfach mal bei dem Entdecken Tab sind, dann sehen wir jetzt hier unten Fortnite X Dragon Ball und da sehen wir hier mehrere Folgen, zum Beispiel hier Folge 10, das ist Folge 11 und so weiter. Hier kann man auf jeden Fall ein paar Folgen von Dragon Ball einfach direkt in Fortnite anschauen. Also wie gesagt einfach hier oben auf das Entdecken Ding gehen und dann hier einfach mal irgendeine Folge auswählen. Ich gehe jetzt einfach mal in eine private Runde rein und dann gucken wir uns hier einfach mal irgendeine Episode an. So und hier bin ich jetzt drin, wir sehen schon Episode 10 und da läuft das Ganze auch schon, können wir uns jetzt einfach mal anschauen und ich glaube man kann das Ganze auch irgendwie ein Vollbild machen. Ich weiß aber gerade nicht genau wie das ging. Use the prompt to enable fullscreen. Okay also hier muss man wohl irgendwas benutzen. Ah okay ich sehe gerade links an der Seite Video im Vollbild ansehen, da ist hier so eine Taste. Okay und dann kann man es hier im Vollbild anschauen. So geht das Ganze dann. Interessant. Also hier kann man jetzt einfach mal eine Folge anschauen. Ich glaube ein paar Minuten sollten dann reichen für die Aufgabe. Ich gucke mal ob das jetzt schon gezählt hat. Ich glaube aber noch nicht. Hier sieht man es auf jeden Fall. Die Folgen müssen jetzt einfach mal ein bisschen schauen und dann sollte das zählen. Ah da sieht man es. Da zählt der Auftrag. Okay ging also wirklich ganz einfach und so kann man hier jetzt ein paar Folgen anschauen. Das ist echt ganz nice gemacht. Ich glaube hier kann man auch direkt noch andere Folgen auswählen. Hier 9, 10, 11, 13, 81 und 98. Okay echt ganz nice gemacht und das war es auch schon.